Oh mein Gott, hast du sie wirklich gegen die Wand gehauen? Hat sie wirklich geblutet? Ich zeige euch gleich das Video, um was es hier geht. Natürlich weiß ich auch, dass es für den einen oder anderen etwas irreführend aussehen kann. Aber eins will ich klären, bevor ich das Video zeige. Und zwar, dass in meinen YouTube-Vlogs nichts gefakt ist. Ich will in 50 Jahren mit den Vlogs auf Erinnerungen zurückschauen und nicht auf Fake-Videos. Allerdings gibt es manche Dinge, die man als Joke macht. Der zwar nicht echt ist, aber bei dem auch alle checken sollen, dass es nicht echt ist. Weil es ja eben nur als Joke gedreht wird. Und eins davon war dieser Clip im 1. April-Video. Das ist meine Lieblingstasse. What the... April, April. Und wer noch mehr sehen will, danke für den Support.